Ja hallo liebe Freunde, heute ist der 1.11. und der November beginnt und ich mache mich jetzt fertig für den ersten und letzten Auftritt in diesem Monat und ich schicke euch diese Botschaft, einfach um zu sagen, Leute, macht euch stark, haltet durch, drückt uns gegenseitig die Daumen, dass es irgendwie weiter geht und das alles mit einem wunderbaren passenden Gedicht von Lene Vogt. Und unverwüstlich, was Sachsen sind, von echtem Schlag, die sind nicht tot zu kriechen, trifft die auch Kummer da für da, ihr froher Mut wird siechen. Das konnte noch viel schlimmer kommen, so feixenrische Sachsen, was andere furchtbar schwer genommen, dem fühlen sie sich gewachsen. Und schwimmen die letzten Fälle fort, dann schwimmen sie mit und landen dort, wo dir mal ans Ufer treiben. So ist es und so wird es auch bleiben. In diesem Sinne, bleibt mir alle schön gesund, haltet durch, packt euch zusammen, wir müssen das schaffen und wir müssen uns stark machen, dass wir auch irgendwo mal eine Lobby kriegen. Tschüss, euer Klaus Tschüss. Tschüss. Tschüss.